Au! 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 Au, was soll ich jetzt? Okay, wir müssen uns was Gutes überlegen. Ähm, was überlegen wir uns denn Gutes? Ähm... Huch! Ähm... Och, oh man, mir fällt grad nichts ein! Fuck my life, alter! Das ist... Ähm... Jaaa... Keine Ahnung, das ist so dumm! Ich hab mir grade... Ich hab mir grade... Ey, das ist... Ich hätte mal ein blaues Telefon immer schon... Oh, hi! Oh, Leute, ihr könnt sowas nicht machen, ich kenn das alles nicht! Aber das war... Ich war nicht fertig! Google oder ist das bestmögliche draus machen? Ja, ich google es mal... Mal gucken, was das ist... Ja... Äh... Ich glaub, du hast Malz gekriegt! Verdammt, sag ich da mal an der Stelle! Äh... Äh... Das wird man nie erkennen! Wer auch immer sich das ausgedacht hat, du bist ne Arsch! Man wird mein Tier niemals erkennen! Das ist... Das wird sofort raus sein! Das wird sofort... Das wird ein... Das wird ein anderes Tier sein, was erkannt wird! Das ist... Das ist... Ich kann halt einfach keine Tiere malen! Wieso das... Das ist jetzt... Ja, ich hab hier auch ein Tier! Irgendwie ist das... Das erkennt doch keine Sau! Ey, die zwei hab ich aber keinen Wolf genommen oder einen Fuchs! Also... Du... Das sieht scheiße aus! Mach ich weg! Okay... Du hast keines von denen, genau! Vergesst nicht! Am Anfang habt ihr noch ein bisschen Zeit, um das halbwegs vernünftig so zu machen, dass der nächste auch weiß, was es ist! Das wird nix, hm! Wirklich? Zeit? Was ist das? Ähm... Relativ... So die Sonne jetzt rechts oben in die Ecke, wie es sich gehört... Okay, wie mach ich jetzt das? Dann müssen wir mal schauen... Aber ne, warte! Wieso ist das? Wieso ist das denn jetzt da noch? Wie sieht so ein Tier aus? Ich muss wieder mal ein Tier zeichnen! So sieht das aus! Bist du, glaube ich, nicht der Einzige? Das ist echt so! Das kann man nicht malen! Er kennt doch keine Sau! Was ein Blödsinn! Der hat doch gar... Ey, wer hat sich denn das ausgedacht? Es gibt der Hände blut! 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 mache was soll es besser wird es nicht können aber ich habe keine ahnung ich weiß auch nicht mehr die ich versuche gerade es ist meine kinder stehen das ich will es nicht googeln will es nicht googeln habe ich mir den ersten 30 sekunden auch gedacht und dann habe ich mir keine tiere zum mal entgegen das ist nicht das klappt nicht ist es klar dass das so ein tier ist ja schon glaube ich oder fragezeichen ausrufe zeichen es können auch komplett andere tiere sein geht es hat einfach könnte jedes tier sein nicht die menschliche form keine ahnung ich weiß nicht meine zeichnung kann man vergessen ja ich glaube ich glaube ich glaube das ist verständlich ich habe mein bestes fürchte nicht aber was du das ist doch der was dabei es ist das ist halt so krüppelig du hast doch meine zeichnung von eben gesehen kuchen das geht doch nicht doch ja das ist in ordnung was ist okay wer auch über sich das ausgedacht wird mal sagen das ist doch okay ich glaube dass die richtige schreibung sogar was das jetzt leute es wird immer ums kuchen war es hier je normal normal bei liss im stream definiere normal leute bei tieren immer was lustiges am ende rauskommt hier vom anfang auf jeden fall nicht mehr daran wird ja der tier wird nie wieder da sein alter proportionen nicht vorhanden aber es geht doch darum dass es am ende lustig ist oder nicht richtig richtig wird schon so an hier anatomie kann ich auf jeden fall im echten leben wenn man raus geht irgendwo sieht man genau das ok wer was anderes sagt war noch die draußen ich glaube auch was ist das zeige ich ja so ob man das so erkennt ich weiß es nicht nein wenn du alleine schon so fragst dann grundsätzlich nein gut aber das ich bin gespannt was daraus wird ja nichts wunderbar auf jeden fall kennen also ich weiß dass man das meine erste zeichnung definitiv nicht durchkommen wird meine zeichnung wird jetzt wahrscheinlich nicht durchkommen warte ich glaube aber das muss ich besser machen so fertig du lachst schon so so das wird interesting ja ich glaube du musst gofield nächste runde dauert noch eine weile du siehst bis in runde vier von zwölf das ist gut gewohnt das bild das ich jetzt nicht so behaupten ich mags dass ich eben halt mit einer taste meine äh meine äh meine sensibilität erstmal das ist nicht mein thema gewesen ich hab's nur gezeichnet ich glaube das kann man erraten oh gott easy ist ein bisschen schwarzer humor ich würde sich einfach feiert ja ja weißt du die sache ist die branche wenn ich mich selber nicht als unglaublich witzig empfinde ja ich meine wenn ich mich schon nicht finden würde wer soll das denn so hehehe eine gesunde einstellung ja ich meine das ist schon eine frage die ich über den kuchen schon immer gestellt habe was macht das was versucht es ich interpretiere dieses bild mal frei okay ich auch ich bin mir nicht sicher was das ist das ich hab ja was und das kann es nicht sein aber okay ich mach das so ja ich würde auch sagen ich bin gespannt ich weiß nicht wie ich das anders interpretieren soll als genau das was ich gemacht habe was ist denn der scheiße ey lass mich doch mal in Ruhe mit Tieren ich denke jetzt aber auch gerade äh schon ne ja es kommen irgendwie gerade nur Tiere ey ich hab vorhin schon das fucking Klumanda verkackt und jetzt muss ich sowas mal äh nicht nur du darf ich mal wirklich mal was in der runde fragen wer hat ne werden wir die nicht beantworten ich weiß nicht was ich zeichnen soll da äh äh ich bin nur ich bin nur wissen was eigentlich das Wort heißt ja darf ich das fragen nein musst du googeln ja google das wort googelt ey ihr habt doch wohl Info das ist nicht mein Wort was ist denn das ich krecke hier Personen aber mir zeichnen gar nicht mehr ähm tillum tillum hä ey das ist legit wieder mal anatomisch korrekt ja bei mir auch absolut so ich sag's nochmal wenn man raus geht sieht man genau das was wieso malst du jetzt zum zweiten mal dasselbe naja es wird wahrscheinlich wieder so aussehen als dasselbe äh ach verdammt mach ich noch das mach ich noch das vögel in zwölf alter was ist denn das für das ist ich kann zeichnen kann ich ich zeichne hier gleich ne gemmengrande dann ist mir egal was da steht ist das aber ein Problem behindert was ist denn das jetzt geworden das ist das ist jetzt gar nichts das ist wie dann okay fangen wir mit dem kopf an ich kann nicht einfach keine tiere mal das wird das ist die tatsache dass ich habe so viel platz zur verfügung beschränke ich mich aber auf 10 prozent des platzes und wie ein grundschüler mein grundschüler kann wahrscheinlich besser mit tiere malen ist das hier wirklich so ob das deutlicher macht was das sein soll weiß ich nicht aber das reicht ich glaube das ist gut also was ich hier was ich hier bitteschön drin habe es mega also das kann ich nicht ernst nehmen wenn man das nicht mal googeln kann ach da bin ich gespannt was man hier angekommen ist Alter wenn du diesen Satz siehst ja denkst du auch nur noch was denn das denk ich mir dann wolf was zur hölle das war doch super einfach ich frage mich was der initialsatz zu dem hier war was ich hab ja manchmal ist das nicht klar das war wahrscheinlich gar nicht vorhanden oh verdammt so also mal kurz gucken ob ich die catcam auch dahin gerichtet habe wo ich sie hinrichten wollte ich hab nur nicht ich hab mitgezeichnet weil ich jetzt immer die kirche weil ich so oh das wird was das wird schon wieder geil wer denkt sich sowas aus wenn die das problem ist wahrscheinlich denkt sich niemand sowas aus und das ist wahrscheinlich schon eine fehler interpretation ja das ist es eben das ist schon wieder die Anfangsätze die Anfangsätze sind immer perfekt aber danach nach der ersten Zeichnung nimmts ab also das erste Bild was ich beschreiben musste war halt wirklich perfekt aber ich sehe nicht was am Ende da rausgekommen ist jetzt bist du dran diese Zeichen zu beschreiben hä? ähm was? bitte was? okay warte ähm okay hä? ah ne eigentlich ganz einfach halt i don't fucking know junge ja keine ahnung keine ahnung ich denke nochmal das ist so das ist ich hoffe mal ah guberlein also das kann ich ja so irgendwie nicht beschreiben okay oh das kann man machen what? das sieht man hin oh warte mal der krieg ich hin okay das sehe ich auch hin das ähm sollte sollte funktionieren äh hä? aber die Frage ist krieg ich das hin wie krieg ich das hin? krieg ich das hin? äh scheiße wie soll ich denn das machen? ich meine ich weiß wie das aussieht aber ich werde es garantiert nicht umsetzen können das ist okay ich muss wirklich darauf achten wer das geschrieben hat den Satz also das weißt du doch gar nicht weißt du es danach ich glaube ich mach mal den hier ich denke das könnte man erkennen ich kann doch nicht alter ich war schon wieder viel zu fett das sieht aus wie ein Rasierer das soll es nicht sein mach ja am besten was anderes was ist mit hier ja scheiße das sieht aus wie Schreck das könnte man dies könnte man falsch verstehen das ist nicht schlimm ich musste schon vorhin den hinweis machen dass das kein dildo ist ja naja hat aber trotzdem nicht wirklich funktionieren nee aber ich mach doch noch die neue zeichnung ist vielleicht ein bisschen gecheatet aber so darauf kommt es hier an ja das erkennt keine Sorge aber was soll das geht mir auch so das sieht so fehlerinterpretierbar aus also das sind doch die besten zeichnungen ja es ist es ist okay das eine habe ich ganz gut hinbekommen das eine tier habe ich hinbekommen das könnte man erraten das andere tier naja das könnte auch Schreck sein ja ich habe auch wieder ein tier aber ich habe jetzt hinweist noch was dazu gehört dass man es vielleicht erkennt es ist es nicht schlecht nur diesmal konnte man leicht gewesen weil ich gerade die zeichnung ja gute idee gute idee gute idee der kriegt tipps oh der chat ist schlau der chat der cheat jetzt schon wieder der lässt sich vom chat helfen teuer wo die wahl sein aber eigentlich auch nicht nachfragen nach dem wort das musst du am ende aber aufklären ey diese privilegierten diese privilegisierten hochnäsigen streamer hier das ist halt wirklich oh weil da das wort was ich hatte das ist ja sowas und behindert das habe ich nicht mal verstanden ähm was zur HB ähm ähm äh ok what the fuck äh ok oh hier hier wurde es politisch anschein ja 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 was soll denn das sein ja gut ähm ok ich weiß ich weiß meine zeichnungen sind nicht unbedingt zu toller das ich glaub da hat jemand meine zeichnung gekriegt wenn du wenn du einen grünen pfeil gemalt hast nein nein grünen pfeil nicht also ich frag mich was die person mit dem grünen pfeil ey lass mich doch mal mit fucking tieren in ruhe aber jetzt kommen noch weitere tiere hier ich muss grad wieder ein tier zeichnen ey ich hab kein bock mehr ohne miss ne toll es sind dann halt auch wieder legit zwei tiere wo ich mir so denke alter dann hast du meine beschreibung gekriegt ja keine ahnung hast du zupflegeweise zwei tiere in die beschreibung gepackt ich mach das denn ja weil die zwei tiere bei mir auf dem bild waren danke für nichts ja what should i do du einfach keine zwei tiere da rein schreiten wir machen das denn jetzt so wenn ich wenigstens halbwegs intelligent wäre und irgendwie räumlich zeichnen könnte oder sowas ne dann wäre das ja alles kein ne wird alles 2d gemalt so hat kein hals ist halt so bei nein zu fett ja wenn die fett ich alle nee du hast doch nicht so gesagt und ein die 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 ach wie mache ich denn das jetzt weißt du was ich mach einfach spontan was immer ein problem ist aber egal das wird nämlich schon wieder scheiß ich kann auch wenn ich ihre mann wie sich den jetzt malen er so wie ich einfach machen und verkacken die kürzungsmaß wie die schneemänner fahren macht man einmal mit dem farb einmal und beinahe muss ich alles wieder neu darauf zurück das hilft auch ach guck mal an hier danke das finde ich gut zeit bestes tool ich schwöre ich würde wie oft werden wir im leben auf aufgeschmissen ohne steuerung z sehen das könnte sein sehen ich glaube das ist ein fahrer beim laptop von meiner mutter funktionieren die ganzen tassen kombination wie steuerung z steuerung c steuerung und so weiter irgendwie manchmal nicht das war warum übelst ab wenn ich hier muss man ja mit dem hinweis dass man das ja gedacht hat wirklich im real life auch gerne mal benutzen können ja und sage ich mich auch egal was du dich fragst das frage ich mich auch viel spaß bei mir warte ähm ähm scheiße wie heißen die tja haben wir es ganz simpel ok warte ok ich glaube das ist das und habe ich jetzt erkannt aber was ist es ohne die musik ich hoffe das ist richtig dafür weil jetzt kommt noch einmal treibend du Äh Oh What? Und? What? Okay What the? Alter, wie? Wie? Hä? Gar nicht Ja, da krieg ich's mal hin, dass... Okay, so Manchmal kotze ich mich selber an bei dem Scheiß, was ich hier mache Das muss ich sehen Ja, also Zu spät, doll So schlimm ist das alles nicht, was du machst Genau Geht schlimmer Ja, weißt du, ich mach halt... Alter Ich kotze dich grad von selbst an Auffischen Ähm So, ne Art Und dann? Ja, sind jetzt noch So, so So Wie mach ich jetzt? Das kann man vielleicht noch erkennen Ich hab jetzt gedacht, das kann ich in einem Bild lösen und jetzt bin ich in dieser Situation hier Ja Ah fuck Okay, ne passt Aber jetzt verstehe ich, was vorhin Kuchen mit politisch meinte Das wird wahrscheinlich mein Bild sein, das ist Hast du das jetzt bekommen? Nein Also was politisches habe ich gekriegt Dann ist es von mir Das ist nur die Frage, ob es das selber ist, was Kuchen äh, gemeint hat Ja Also ich werde mich wundern, wenn es mehr als ein politisches gibt Weil mehr als einst kam bei mir nicht Mit politischen Mit politischen ist es auch schon mal bei mir angekommen Bei mir auch Dann muss es von mir geben Kommt drauf an, meins Und das, was ich gerade habe, kann man unter Umständen auch als politisch nehmen Aber es ist unter sehr deuren Umständen Das ist es ist, da muss man schon wirklich Schon mal Windows-Taste schicken, muss man es wollen Oh, Alter, hat immer keinen Druck, genau Ich hab immer Druck, wenn der Der Kind von idle ist Was, von Lidl den Kong in keinen Zucker Taube, hast du einen Schlaganfall gerade? Lidl Kong ist, glaube ich, deren eigener Energy Also Energy-Eigenmarke Ahhhh Ja Okay, ich bin, ich glaube, ich wüsste nicht, weil ich jetzt mal in dem Lidl war Aber ich kann dir sagen, nein Kong-Strong Okay Oh, die Auflösung Die zwei, die sind am chillen Und wir, wir werden uns gerade Also ich habe, ich habe viele Fragezeichen im Kopf Ich auch Nein, let's go Du glaubst nicht, wie viele Fragezeichen ich im Kopf habe Ey, Wahnsinn, okay Die Fragezeichen werden sich jetzt lösen So, was hat sich der Lidl ausgedacht, ihr habt es längst vergessen Der Lidl hat sich ausgedacht, ein Nilpferd gibt es da rein Ach, das soll Nils mit gewesen sein Oh nein Ich glaube, das habe ich unter Umständen auch gemalt Das sollte ein Nilpferd sein? Geil, Adventschenszene Ahhhh Eine Katze Eine Katze Geil Jetzt wüsst du, jetzt wüsst du schon mal eine Katze gesehen Jetzt wüsst du, wo du es herkommst Ich habe selber eine, also so jetzt nicht, aber Jetzt weiß ich, wie, was da ist Ich glaube, kein Verduch der Hund Nein, geil Leer Was ist das gewesen, ich? Du willst doch keine Hund Was ist denn das dann? Deine Katze ist es auch nicht Wieso ist das leer? Das ist offensichtlich Oh Also Wieso ist das leer? Dieses rote Kreuz ist einfach da Ja Ja Das habe ich gezeichnet Das Wett, der es übernommen hat an der Stelle Ich wüsste nicht, ob das ein Schwert war oder Ich dachte mir, nee, warte, der hat so eine Masse Okay, das gab es wieder weg Ich bin zu fett Okay Das ist geil Sehr schön Der ist gut, der ist gut geworden Wie zu fett Aus einem Nilfett beim Zahnarzt Jawohl Das ist wie geil gewesen Das ist gleich zum Anfang eine Katze Aus Nilfett beim Zahnarzt, ja Wird das, äh, wird die Feststellung, dass der Tegaz viel zu fett ist, ja Vielen Dank, jawohl Aber das hast du ja schon oft selbst festgestellt, ne? Ja, das ist richtig, aber wie Au-Lasagne Das ist nicht Garfield, der ist so ein Mann Wie Au-Lasagne Garfield ist gar nicht Garfield und Lasagne, das muss man doch erkennen Eine orangene Katze, die man Lasagne mag, das ist... Ein Sub-Helb mit blauem Helm versucht einen Hund anzuleiten Ich hab's nicht erkannt, das tut mir wirklich leid Ich bin nicht aber kreativ Blauem Helm hat ja nicht ne Maske auf, ne? Ich dachte, das steht jetzt irgendein Superheld da, den ich natürlich nicht kenne Zahnarzt, Mann Was, du kennst Zahnarzt nicht? Ja, okay Was kam von der... Wolf? Ja, der Volker war schon fertig, denkt er wird ein Zauberer Oh, das ist auch nicht so, der kriegt jetzt hier Okay, bei mir ist es anders, aber ich bin nicht bei mir angekommen Hallo Aber ich weiß, was mit Zauberer bei mir angekommen ist Bei mir kommt hier gerade nur Roboter an Vollmond, okay Zauber, wo ist der den? Ach, ich glaub, das hab ich bekommen Wolfe zum Wolf, okay Wo ist der durchgekommen ist? Na, wo ist der durchgekommen ist? Ja, 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 wo ist der durchgekommen ist? Hä? Wie kann man das, der Wolf ist durchgekommen? Das ist aber gar nicht Ja Er ist flüchtig Der Wolf ist flüchtig Zauberer zu den Katzen Er tritt irgendwie auch Oh Oh Ich hab mich so gefreut, dass der Wolf durchgekommen ist Der Zauberer ist durchgekommen Der hat über der Katze durchgekommen, aber der Zauberer ist durchgekommen Ja, der Zauberer ist durchgekommen Der Zauberer ist durchgekommen, ja Ja, was er da auch Wölf, der war... Oh ja, der Zauberer ist durchgekommen Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch Ja Okay, hier haben wir Schneemann Das nächste Ola wirft einen Schneeball Ein Schneemann begrüßt einen geschmolzenen Schneemann Schneemann grüßt geschmolzene Artgenossen Schneemann grüßt geschmolzene Schneemann Schneemann sagt Heil zu geschmolzenem Schneemann Ein Schneemann grüßt einen halb geschmolzenen Schneemann Ich habe mir ja Discord verkackt Ich weiß auch nicht wie es jetzt Discord So hier haben wir Sabi Gibt Kuchen einen Korb Sehr schön Sabi gibt Kuchen einen Korb Ganz behalten Sabi gibt Kuchen einen leeren Korb Ein Kuchen ist traurig Ein Kuchen ist traurig bei einem leeren Korb und wird ausgelacht Und da ist ein Poster Wie ich gemalt habe Ein Poster wird von Menschen ausgelacht und hat einen Korb Sehr schön Type lacht im Poster aus Habe ich nicht gezeichnet Okay Kit Die hören jetzt nicht mich aber ich die hören Ich habe den Stream noch offen Das kommt mit der Text Okay Ich weiß was Kurzer Red ist gut Red wie fantastisch ist das gemalt Das Leute Leute Kit fährt zum Barcodeskiller Den Wann bist du da erwarten? Oh noo Oh man Bendy Oh ja ok aber ich verstehe das Ich verstehe das Was ist ein Beepteil Ich dachte so was für ein gutes Beepteil Ja Wer weißt du das nicht Der Preis für einen ist nur 90 Nein das hatte ich Sehr schön Ergibt's Ist gleich Falter Wetter mich noch Hallo Testchen Wir haben auch extra eine App dafür sogar Für iOS Ah ich bin wieder da Discord hat er bei mir Discord ist bei mir kurz abgeschmiert Leute Sorry ich war jetzt eine Weile lang nicht da Das müsst ihr auch allein mit dem Barcodeskennen Ich weiß nicht was bei mir los war Oh da hab ich gerade Sie wusste was das ein Red Bull ist Oh nein Ah siehst du da war ich noch dran Perfekt Ne ja ich wollte mal mal eine andere Ne Ich wusste nicht dass das Red Bull ist Weil ich das nicht kenne Nein Das ist so nicht ganz bei mir angekommen Ey das sieht aber nicht schlecht aus Red Bull Dose besser Das hat sich damit durchgesetzt Das hat sich damit durchgesetzt Das hat mich zu sehen Aber Perfekt Aber wo ist das Ich hab habsichtlich nicht den Namen hingeschrieben Weil ich dachte das wäre zu einfach Ja 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 das wird habe ich bekommen Wieso 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 ist daraus Monster Energy Dose auf eine andere Dose mit einem Auge drauf Was Okay Ja und das hab ich bekommen denk mir Okay Und ich hab's absolut falsch verstanden Oh da ist Monster Energy wieder Ja 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 Und wieder weg Und wieder weg Und wieder weg Und wieder weg Das sieht aus wie eine Blinja Warte 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 Ich muss jetzt was aus dem Chat vorlesen Weil Gregor Simon hat gerade geschrieben Ein Mann und sein Auto Kämpfen für ein Ja Wicked Morty Klingt nach Wicked Morty Okay weiter Sehr gut Gregor sehr sehr gut Der war echt gut Jawoll Ja ich auch nicht Ich auch nicht Ich auch nicht Sabi Was hat sich die Sabi ausgedacht? Nein 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 Das Schaf war bei mir schon irgendwie komplett des Deformiert Genau Schaf aufs Seil über Wasser Okay das Schaf das habe ich gemalt aber das Seil Das Seil ist bei mir nicht angekommen Ach du was dass er mir das geschickt hat Liz Ja ähm Ach das kam von dir Nee Nee Das kam von dir Nee Das ist das Mäh macht Auf einer Brücke Ja Ich dachte so was ist sie so weg Nö 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 Offensichtlich Aber es hat funktioniert krass Ja Das ist auch perfektes Schaf übrigens Dankeschön Nö 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 Es ist einfach Hähnchenköln auf dem Stuhl mit Matsch. Sehr schön. Also das war so, ja, das ist ein Runderkreis mit Inhalt in der Mitte. Von veganes Schnitzel mit Reis wird dann später Hähnchenköln auf dem Stuhl mit Matsch. Ja, echt, ey. Ah, tut mir leid, hab ich einfach die Gemmengranate hingemalt, meine Verscheidung, dann hab ich die echtes. Aber nur, damit hätt ich nichts anfangen können, was zur Hölle ist das? Sorry. Was für eine Granate? Eine Gemmengranate. Gemmeng. Ja, sag mir auch nichts. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, mein Gott, ey. Ich hab keine Ahnung. Der Postfroschbrief ist kompio. Also der Frosch ist angekommen. Das wundert mich. Frosch ist angekommen, Brief ist angekommen, die Farbe von Skorpion auch. Das wundert mich so, wie ich den Frosch gemalt habe. Der Skorpion ist bei mir leider weggefallen. Ey, das sieht doch mal gut aus. DRL-Frosch. 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 Oh, schau an, wie es habe ich gepackt. Aber ich glaub, der Brief ist kippt hier mit meinen. Ein Dicke, das hab ich, glaub ich, bekommen. Ich hab keine Ahnung, wie ein Skorpion aussieht. Alter, das kam bei mir an. Ja, sorry, ich kann keine Frösche malen. Ich kann keine Frösche malen. Ach so, ja schön. Geil. Das ist auch ein Kuchen. Aber sowas kommt bei mir an. Das Skorpion ist nicht angekommen. Ich hab niemals ein Dings bei mir gesehen. Was darf denn? Voll nicht mal. Natürlich. Und ich dachte, ich hab den Skorpion gut gemalt. Und ich dachte, ich hab den Skorpion gut gemalt. Ich kann keinen Fröschen malen. Ich kann scheinbar auch keinen Skorpion malen. Das ist nicht. Das ist nein. Ich sag dir doch, ich kann keine Tiere malen. Ich kann keine Tiere malen, sag ich doch. Das ist ja ein Ort. Hey, ich hab den Rüttel gerade. Ich muss doch zwängeln, was machst du mit den ganzen Entklammern, Dinger? Ich weiß nicht. Das ist nicht. Ja, ja. Fliegendes Pferd. Der Afo hat sich nicht lange gehalten. Der Afo hat sich nicht lange gehalten. Am Nis kann es hechnen. Das habe ich nicht gekriegt. Er hat dann aber nicht. Das ist der F-Movie-Flashbacks. Fliegendes Pony. 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 Mein Lidl Pony. Der hat einen Cape. Ich hab einen Super Pony. Ich wollte auch Super Pferd-Hinschreiben. Aber was ist denn fliegende Affe geht spazieren? Wie soll ich den fliegenden Affe geht spazieren? Aber die Schreif werden nach hinten sein müssen. Entweder fliegt der oder geht er spazieren. Ich hab niemals eine Pizza. Ich hab niemals eine Pizza an. Die Pizza kam nicht durch. Ach ja, gut. Die Pizza ist niemals durchgekommen. Entweder ein Pizza essen. Das heißt, die Bände sind wieder ganz stumpf. Ich denk mir so, okay, mach... Ich schreib extra XXR hin. Ja, ja, ja. Da war's. Da war der. Da war's. Da war's. Da war's. Aber Thoram, wo hast'n du da bei mir ein Joint gesehen? Entschuldigung, das sieht nach vielen aus. Nur nicht nach einer Stück Pizza. Da vorne am Maul ist doch der Jolt und das soll der... Also ich hab das als Rauch... Alter, hier ist ganz abgebissen Stück vom Pizza-Stück. Ich schau dir Pizza raus. Sehr schön. Wie heißen diese Gebäck-Dinger? Weißt du, wo dann immer so Zuckerguss drauf ist, die du dir auch in den Toaster hauen kann? Die Amis mögen den so... mögen das Gesicht. Ähm, Dings. Aber jetzt kommt, glaub ich, das... Aber jetzt kommt, glaub ich, das Politische, wenn ich... Ja, jetzt kommt mein Politisches Ding. Ja, ja. Die Politik ist zum Schluss... Nicht Amerikaner. Der Zweck und seine Politik. Ähm, ich hab's fast. Wie heißen die denn? Wie fällt's glaub ich ein? Warte, 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 warte. Wissen Sie doch meistens noch ein Pop-Tart? Ja, Pop-Tart. Das sieht aus dem Pop-Tart drunter. Okay. Weil der auch blau mit dabei ist. Ich hab da was anderes drin gesehen, halt. Sorry. Da war's halt unglaublich. Ich hab Filze, Tomaten, Käse aufgemacht. Ja, das ist schon ziemlich blau. Weiter! Ach du Kacke. Ach du Kacke. Das ist nicht durchgekommen. Das ist... Ich hab's nicht durchgekommen. Ja, da ist wieder Wieso. Ach so, ja. Wieso ist wieder Wieso. Wo ist er denn? Wo ist denn? Da ist es. Da ist es. Da ist es auseinander gelaufen. Mann, von der AfD. Jetzt wieso schon von der AfD. Oh nein. Oh nein. Was ist bei mir angekommen? Oh. Sehr schön. Oh. Jetzt wieso schon von der AfD. Was ist denn das für ein Superman, Alter? Ja. Das sollte das Zeichen von der AfD sein. Komischer AfD-Haken, den die da haben. Ja, ey, das Ding weißt, ich lese dort schon den Parteienamen und dann ein Typ mit blauen Haaren, den ich mir so okay, AfD. Ja. Typ mit blauen Haaren muss auf jeden Fall. Das kann nicht Wieso sein, das muss auf jeden Fall sein. Ja, Wieso ist mir in dem Moment überhaupt nicht... Er ist mir auch nicht eingefaltiger blaue Haare. Ein blauer Haare, das ist doch... Hä? Also was ich kann ja sagen, Sepp von Pieter hat auch blaue Haare mal gehabt. Da hätte man ja auch nicht irgendwie da erdenken können. Oli Oli von den Doktoren, von den Freuds hat das auch. Ja, aber bei SPD und FDP, das ist ja doch der... Ja, ja. In der Politik. Aber war zwar CDU, die jetzt das stört hat, aber gut. Ja. Ja. Diesmal nicht die CDU, sondern die FDP und die SPD. Ja. Ja, ich auch. Ah, okay, das war einfach gut. Ja. 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 Ja.